Das ist Frau Fabian. Sie ist alleinerziehend und hat eine anstrengende Arbeitswoche hinter sich. Nun freut sie sich auf das Wochenende mit ihren Kindern Paul und Kira. Doch Paul ist total nervös vor seinem ersten Schultag und die pubertierende Kira schließt sich in ihrem Zimmer ein. Frau Fabian ist erschöpft. Wie kann sie ihren Kindern gerecht werden und gleichzeitig ihren Job gut ausüben? Das ist Familie Smith. Ihre Zwillinge Martha und Melia sind gerade in die Kinderkrippe gekommen. Nun hat Frau Smith erfahren, dass sie schwanger ist. Ungeplant. Erst kürzlich hat sie eine neue Stelle angenommen. Wie wird ihr Chef auf die Schwangerschaft reagieren? Auch finanzielle Sorgen treiben Familie Smith um. Frau Fabian und Familie Smith können aufatmen. Ihre Arbeitgeber haben die Elternberatung des PME-Familien-Service engagiert. Dort stehen ihnen Sozialpädagogen und Elternberater bei Fragen rund um Erziehung, Kita, Schule, Elterngeld und Wiedereinstieg in den Beruf zur Seite. Vertrauen wird groß geschrieben. Ihre Arbeitgeber erfahren nichts von den Inhalten der Gespräche, übernehmen aber die Kosten für die Beratung. Sie wählen die Nummer der kostenfreien Hotline und schildern der Elternberaterin ihre Situation. Die Elternberaterin lädt Frau Fabian zu sich ins Büro ein. Mit Hilfe der Elternberaterin erarbeitet sie Lösungsschritte, damit ihre Kinder und sie wieder entspannter die Wochenenden genießen können. Frau und Herr Smith lassen sich bequem von zu Hause per Webinar zu den finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten beraten. Auch haben sie mit der Elternberaterin einen Plan zur Aufteilung der Elternzeit erarbeitet, den Frau Smith ihrem Chef vorlegen kann. Frau Fabian und Familie Smith sind erleichtert und froh, dass sie beim PME-Familien-Service ein offenes Ohr und Unterstützung gefunden haben. PME-Familien-Service – seit über 25 Jahren Ihr Ansprechpartner zu Fragen der Work-Life-Balance. PME-Familien-Service – seit über 25 Jahren Ihr Ansprechpartner zu hören.